Heute zeigt euch Amanda eine Reihe von Übungen aus drei Workouts mit jeweils drei Sätzen. Dabei beanspruchen wir den ganzen Körper. Jetzt starten wir mit unserem Warm-up. Wir starten mit drei Stretches. Einmal für unseren Hüftbeuger. Dann gehen wir über in eine dynamische Rotation des Oberkörpers. Und enden dann mit den Hamstrings. Und jetzt bist du dran. Für weitere Fitness-Tipps und die passenden Outfits dazu, geh auf sport2000.de. Dann gehen wir mit den richtigen Rettungen. Dann gehen wir mit den Tram. Dann gehen wir mit den Tram. Vielen Dank.